Es gibt ungarn-deutsche Autoren, ungarn-deutsche Texte. Aber was bedeutet das genau? Wie könnte man ungarn-deutsche Literatur definieren? Schriftsteller Josef Mihailis gibt auf diese Frage eine kurze, aber sehr konkrete Antwort. Mir bedeutet die ungarn-deutsche Literatur eigentlich irgendwo meine Heimat, meine Vorfahren, die deutsche Sprache natürlich und irgendwo auch die Zukunft. Ein längeres Gespräch in diesem Thema führte ich mit dem Autor Stefan Valentin. Ich bin Ungarn-Deutscher. Ich habe eine doppelte Identität und was ich schreibe, das ist Ungarn-Deutsch. Das kann ich so identifizieren. Ist es wegen der Sprache oder ist es auch vom Inhalt her Ungarn-Deutsch? Vom Inhalt weniger. Ich gehe immer solche Themen an, die alltägliche Themen sind. Den Alltag, was mir passiert, was meiner Familie passiert. Es gibt meiner Meinung nach keine speziellen ungarn-deutschen Themen. In Texten wird oft behandelt, was Identität ist, warum die deutsche Sprache wichtig ist. Also das kann vom Inhalt her vielleicht Ungarn-Deutsch sein. Schreibst du auch über solche Sachen? Ja, sowohl in Gedichten als auch in Prosa-Texten und für mich ist Ungarn-Deutschtum mit der Kultur identisch. Mit unseren Liedern, mit unserer Mundart, mit unseren Traditionen, Festen, mit der Kirche, mit den Gebäuden, der Heimat, mit der Donau. Also Identität umgibt unser ganzes Leben und schafft dem Leben...